Hallo und herzlich willkommen zurück beim AWSQ und heute sind wir, ja wir sind heute... Ich weiß, wir sind Germany Next Topmodel Doppiboodles. Doppelbudels. Die Doppiboodles. Das ist unser Bandname. Die Doppiboodles. Hört ihr schön gut an, ey. Wir sind eine seriöse Detekteifirma. Ja. Wir ernten. Ähm. Die Doppiboodles. Kann man uns suchen, Leute. Wir erklären jeden Fall, ja. Egal, ob es sich jetzt um Salat handelt oder irgendwie kalorienarmes Essen. Ich ziehe jetzt schon die Bilder auf Twitter, ey. Und die Doppiboodles. Doppiboodles. Weißt du, ganz ehrlich, scheiß doch mal auf Barnaby und Soko Wismar, weißt du. Wir sind hier die Krassen. Ja, natürlich. So ist es. So ist es. Wir spielen nämlich einen F-Kind. Kennt ihr diese reine Kopfgeld-Serie, wo dieser eine Typ Kopfgeldjäger ist, der irgendwie aussieht wie, was weiß ich das. Wie so ein Rocker. Ja, genau. Ja, 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 ja. Mit langen Ahnen. So Fuku Wider ist das, glaub ich, mit Sonnenbrille. Ja, 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 ja. Alter, Tobi, sei mal Carsten Stahl, Mann. Was? Man sieht das doch komplett. Jetzt in echt? Meinst du jetzt in echt oder im Spiel? Nein, hier jetzt gerade im Spiel. Ach so, okay. Also die Emotionen sind die. Warte, wollen wir eben kurz Team-Gesprechung machen? Komm. Okay, warte, warte, warte. Okay, alles nach. Oh Gott, bitte. Nicht so nah, bitte. Nicht so nah. Oh, krass. 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 Erzähl doch mal, Curry, was spielen wir hier heute? Äh, was wir hier spielen, ist, glaub ich, so was ähnliches. Also, das ist, glaub ich, einfach Escape-Room-mäßig so ein bisschen. Mhm. Man kann das, glaub ich, auch, wie man hier sieht, auch in VR spielen. Kostet auch, glaub ich, gar nicht so viel. Irgendwie 5 Euro 30 oder so. Ähm, und ja, wir wollen heute anfangen und wollen erfolgreich Fälle lösen. Das wird so stattfinden, dass der Erik alles macht und wir schauen zu. Mhm. Weil wir sind noch in der Ausbildung und Erik ist halt Detektiv-Master. Seht ihr das hier gerade? Was denn? Hm? Nee. Okay. Dass du den Safe aufmachst. Ja. Ich hab jetzt auf und zu. Das ist echt scheiße. Hä, der Schlüssel ist grad durch den Boden gefallen. Das fängt ja gut an. Ähm. Ich hab den Schlüssel grad in der Hand. Hä? Warte. Achso, vielleicht ist der in der Hand gefallen. Warte mal, F ist bei mir. F und er ist beides bei mir Taschenlampe. Soll ich nicht F? Ja, bei mir auch. Ja, aber F funktioniert nur, wenn du was in der Hand hast. Deswegen. Sag mal, der Safe, wenn ich jetzt mit dem Safe klappere, das seht ihr aber nicht, oder? Nein. Nee, die Tür kann ich nicht. Okay. Vielleicht ist das in der Lobby, vielleicht ist das dann im Match anders. Weil das hier die Lobby ist, so weiß ich. Keine Ahnung. Das würde ich auch mal schwer hoffen. Sollen wir einfach mal anfangen? Nee, nee, nee. Lass noch ein bisschen in der Ruhe bleiben. Wir sehen heute übrigens nur zu dritt. Torinator, Gronkh und Kev Pandoria sind hier mit am Start. Mhm. So, warte mal. Habt ihr beide, äh, habt ihr, hat jetzt einer von euch den Schlüssel? Weil ich hab den auch. Ne, den brauchen wir nicht, Pan. Das ist einfach nur, den brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Der ist nur zum Üben hier. Hä, echt? Nein. Nein, hier. So. Start jetzt. Brügert, Start. Hallo. Ah, jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Können wir das jetzt aufmachen? Reht ihr das jetzt? Jetzt, jetzt sieht man's, Cory. Jetzt sieht man's. Echt jetzt? Ja, Mann. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal kurz, Tobi. Boah. Boah. Also mit Q und E kannst du den Schlüssel noch drehen und betrachten und sowas. Oh, nice. Schau dir den Schlüssel doch mal genau an, Erik. Dreh den mal, dreh den mal. Ich bin alt. So, oder? Hey, ich kann ja auch mit der Maus drehen. Sie man das jetzt auch, wenn ich das schon anbauen kann? Ja, aber mit Q und E kannst du den drehen an sich. Mach mal. Nee, leider nicht gar nicht. Okay, wahrscheinlich leider nicht. Schade. Oh, schade. Das ist natürlich doof. Ey, Erik, hör doch mal auf, dann immer fallen zu lassen. Ich bin alt. So, hier, ich tu dir jetzt mal. Doch, es ist ja was passiert, Leute. Wow. Boah. Kapitel 1, der verschwundene Wissenschaft. Was ist jetzt los? Oh, nein. Soll ich irgendwie Horror geben? Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Hä, wie der ein... Guck mal, die hat das ganze Fenster zugesaut, ey. Wo bin ich wieder? Okay, wir haben ein Safe. Wir haben wissenschaftliche... Warte mal. Oh, okay. Jetzt bin ich... Ah ja, wir haben wissenschaftliche Formeln. Wir haben zwei Saves. Wir haben Uhren, die eine bestimmte Kombination zeigen. Für eine Viererkombination. Und eine Tür. Ich muss ja sagen... Drei... Äh... Drei... Acht... Ist das immer... Ist das immer auf der Zwölf? Okay. Drei... Acht... Fünf... Sieben. Mal gucken, ob das funktioniert. Nur mal testweise. Wir haben hier hinten auch ein Pin-Pad. Und eine Vorrichtung. Ich hab hier eine Rolle, die ich aufnehmen kann. Hä? Oh, ich hab hier was. Was denn? Hm? Wie kann ich mir das denn jetzt angucken? Oh. Mit F? Ja, stimmt. Äh, F. Kannst du was drehen? Das kann man gar nicht lesen. Ich hab ein Code. Ich hab ein... Also ich hab ein Code. Ja, warte mal. Das sieht aber aus wie Immerser-Code. Morse-Code oder so. Oder? Nimm mal. Warte mal. Weil da hinten ist ein Code. Das sind halt Pünktchen und lange Striche. Sind das Morse-Codes? Scheiße, ey. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt was gebracht hat. Willst du das mal... Willst du mal gucken, Erik? Guck mal, das könnten doch Morse-Codes sein, oder? Was? Wo denn? Wo denn? Wo bist du denn? Hier, warte. Hier, da. Lass das mal fallen. Äh... Ach man... Mit F, ne? Genau. Das sieht fast so aus. Auf jeden Fall sind das irgendwelche Codes, die wahrscheinlich irgendwo... Die wir irgendwo finden. Das war eigentlich... Und dann müssen wir die in Zahlen übersetzen. Würde ich vermuten. Okay. Wir haben hier ne... So ne Tafel mit Pyramiden. Und da stehen auch Zahlen dran. Ach du heilige Scheiße. Wollen wir die Sachen... Ja, ich hab grad auch gedacht, das war keine gute Idee, dass du das playst. Lass mal die Sachen auf dem Sofa sammeln. Okay, die fallen... Nehmen das Sofa. Das ist nicht gut. Wir haben aber auch vier... Wir haben aber auch vier Uhren, ne? Also... Und die auch unterschiedliche Schätze. Das heißt auf jeden Fall auch... Ja, wir müssen halt nur den Anfang finden. 3857. Wir haben hier noch paar Pyramiden. Hier hinten steht auch 3857 drauf, ne? Ja, hier hinten auf dem Pad steht auch 3857. Das hab ich schon eingetragen, weil ich wollte probieren, ob das geht. Hier ist auch noch... Ach, hier ist... Versuch mal 3857. Guck mal, hier ist ne Sanduhr und hier ist ein Pad 3857. Mal gucken. Ja! Erik! Ja! Geil! Warte! Habt ihr das gerade gehört? Ja, der ist einfach Motorradfahrer. Ja! Warte! Oh! Jemand steht im Bild. Ich kann das gar nicht lesen gerade. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kann ich das überhaupt lesen? Ich kann das gar nicht lesen. Mit Inspektor ist das... Ist das F? Ne? Ja, mit F ist der Zettel zu weit weg. Ich kann das nicht lesen. Ich hab hier ne Scheibe bekommen mit... Ich glaub das sind das Sternzeichen. Ah, jetzt. Ihr sind das Stern... Könnt ihr das sehen, Leute? Das sind das Sternzeichen, ja, oder? Wo? Warte mal. Hier bei mir da. Äh, ja ist ein Sternzeichen, ja. Ja, ne? Oh, krass. Aber ich weiß ehrlich gesagt... Oh, warte mal. Die passt doch locker hier drauf, oder? Hase? Hase? Komm mal her. Das Ding muss erstmal aufgehen. Wir müssen erstmal den Code finden, dann geht da was auf, dann können wir die drauflegen. Was denn? Nehm mal den Zettel, nehm mal den Zettel. Ja. Drücke F und zoom mit der Maus ran. Turbinator zieht um. Ah, ja mit Maus ran. Curry das ist wichtig, das ist wichtig für unseren Fall. Diese Kiste Curry, diese Kiste ist recycelbar. Recycle. Recycle. Was? Recycle. Lass uns alle recyceln, Leute. Recycle. Das ist wichtig. Okay, dann überlegen wir mal. Also das Ding könnte ja was mit der Uhr zu tun haben. Sind das... Ne. I need... I have to leave. I left home early in the morning. Went over to King's Road. Okay, ich schreib mal die Namen auf, die hier unterstrichen sind. Warte mal, die Uhrzeiten... Ist das vielleicht der Code für den Safe? Ne, das war für das Ding, wo wir den... Ach so. Das ist ja simpel. Okay. Also wir haben noch den... Diese Scheibe, die ich hab mit den Sternzeichen, die kommt höchstwahrscheinlich dann hier hinten auf dieses Ding drauf, oder? Genau, sobald wir dann den Code haben. Ja, das könnte sein. Okay, und wir haben noch die Morser... Morser? 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 Den Mörsencode. Die Mörsencode. Die Mörsencode haben wir auch noch. Das Ding ist halt, wo haben wir jetzt den Anfang? Also wir haben jetzt halt quasi hier zwei Sachen bekommen. Wir haben einmal diesen Zettel. So. Und einmal halt diese Scheibe. Okay. Wir können auch mal ein bisschen untersuchen. Hier ist zum Beispiel ein USB-Hub. Und ich glaub, hab ich da was gefunden? Ne, da kommt was rein wahrscheinlich. Da kommt ein USB-Stick rein. Den haben wir noch nicht. Das hier ist die beste... In der Natur der Welt. Oh. Okay. Drei, drei, zwei ergibt drei. Sollen wir uns mal einen Platz suchen, wo wir die ganzen Sachen hinlegen? Ja, ich versuche das irgendwie. Tobi? Ja? Du übernimmst die Tafel, ne? Mit den Lechefrierungen. Ja, geht nicht. Hier, komm. Da. Ich hab's auf die Couch gelegt. Was? Ja, drück mal F-Page nach. Ich geh Holz und Steine holen, okay? Dann leg der das so weg, weißt du? Was ist mit den Zetteln hier? Sollen wir die mal lesen eigentlich? Hier sind so viele Zettel, ne? Die kann man nicht lesen. Das ist viel zu schlecht geschritten. Also man kann das nicht lesen, irgendwie. Ja, du kannst auch ran suchen, Alter. Mit Mausrad kannst du ran suchen. Ja, aber ich kann das trotzdem nicht lesen. Ja, aber genau. Die sind einfach nur... Da steht nichts drin. Der ganze Müll auf dem Boden. Bist du sicher? Ja, der ist so verpixelt. Also kannst du mal versuchen. Hey, ich kann das ganz normal lesen. Hä? Bei mir ist das nicht verpixelt. Hä? Zeig mal, zeig mal. Nee, so einen Zettel hab ich ja nicht gehabt. Das war ja nicht der. Ah, hier, die sind verpixelt. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, wir haben hier noch irgendwie so eine Statue. Damit können wir aber bisher auch nichts anfangen, ne? So, warte mal. Kings Road, Hyde Park. Hyde Park. Hyde Park. Well Road, Baker Street. Haben wir hier irgendwo was mit Straßen? Nee, wir sitzen noch nicht. Wir können die Tafel drehen. Auf jeden Fall 4. Null. Oh, super. Perfekt, pass auf, pass auf. Nächster Zahlencode. Kings Road, findest du Kings Road? Ja, Moment, Moment, warte. Oh Gott. Ähm. Höhöhöh, Mittelsex. Höhöhöhöhöh. Okay, warte. Ähm. Och ne, Alter, das ist ja echt schlimm jetzt. Kings Road. Ich kenn mich halt auch nicht so aus im Loch, man. Ich mach die rechte Seite. Ich mach die rechte Seite. Okay. Oh, Madame Tussauds. Icadilly Circus. Irgendeiner, der das Video grad schaut, hat's schon längst gesehen. Warte mal, Hyde Park? Ich glaube, Hyde Park hab ich. Hyde Park ist 7. Okay. Weiß die Kings Road auf. Hyde Park ist hier im zweiten Absatz. Ist die Kings Road nicht in der Nähe irgendwo von der Thamese da so die Ecke? Äh. Tennington Park. Waterloo, Waterloo, London, Fleet Street. Kings Way haben wir. Ne, das müsste Kings Road sein, wenn ich das richtig aufgeschrieben hab. Okay. Achso, du hast das aufgeschrieben, dann brauch ich das ja klar. Na klar, ey, kennst du mich doch. Achso, hey, ja. Kings Cross haben wir. Da ist sie doch. Hier an der Thamese sag ich doch. Wo? Kings unten bei der Elf. Ah, die Elf. Ah, die Elf. Okay, Kings Road. Ah, geil, Tobi. Okay, was machen wir noch? Nice. Dann haben wir noch Edgware Road oder Edgware Road und Baker Street. Baker Street hab ich gerade doch irgendwo gesehen. Ah, Baker Street ist die 5. Hab ich. Hey, die Baker Street, da gab's mal einen Song. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und Edgware Road hab ich auch, ist die 3. Okay, das ist doch bestimmt der Code für die Dings da. Kannst du mal sagen, kurz? Vielleicht für den Safe? Ja, oder für den Safe, das kannst du auch schweigen. Ich geb einfach mal einen. Warte mal. Elf. Sieben. Drei. Fünf. Jawoll. Nice. Curry, ne neue Code für die Dings. Guck mal, da oben. Oh, die passt bestimmt da drauf. Und hier haben wir die, ja, und hier haben wir die Zeichen. Ja, die passt rein. Und die andere sind rein. Jawoll. Oh nein, ist die gerade durch den Boden gefallen oder hast du die? Warte, die passt aber nicht. Ich hab die Scheibe hier, aber die passt nicht. Nee, da war noch ein Zettel drin. Der ist gerade mir wieder durch den Boden gefallen. Ich habe ihn, ich habe ihn, den hier, ne? Du hast den. Oh, Gott sei Dank. Oh, puh. Oh, warte, okay, das sind wahrscheinlich die, die Dinger, die wir brauchen, die, diese, wir brauchen, aber warte mal, ich kann die immer noch nicht da rein tun. Wir brauchen noch eine Scheibe, noch eine kleinere, glaube ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Da, 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 da. Noch einen kleineren Ring brauchen wir. Das müsste eigentlich reichen. Wir haben den Ring mit den Sternzeichen und den mit den Zahlen. Das müsste eigentlich reichen. Warte mal, hier ist ein Blueprint. Ne, guck mal, die Tati, ja, den habe ich gerade da hingelegt. Aber ich weiß, was das bedeutet. Ne, guck mal, wir haben die Scheibe mit den Sternzeichen und mit den Zahlen. Ja. Und wir haben vier Sternzeichen hier auf dem Zettel. Ja, aber ich kann sie nicht reinmachen. Er kann es nicht reinmachen, wir brauchen noch eine. Die ist zu klein, das passt nicht. Ach so. Da fehlt noch ein Ring, glaube ich. Okay. Also es passt nicht. Das Ding ist halt, was haben wir jetzt da drin gehabt? Wir haben einen Zettel gehabt oder was war da jetzt drin noch? Der Blueprint und hier. Oh. Und noch einen Koffer mit dem Dingenspad. Noch mit dem Code. Leg den mal auf den Tisch. Das geht nicht. Hä, der steht da durchge... Ach so, na. Warte, warte, ich lege den mal kurz. Warte mal, ich nehme mal die Scheibe. So, und zack. Yay, geil. Okay. Das ist der Koffer von Bet You, Alter. Stimmt. Stimmt. Okay, warte mal. Wir haben jetzt hier einen neuen Koffer. Okay. Wie kriegen wir... Wir müssen ja wieder Code rausziehen. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Oh, das sieht aber realistisch aus mit dem Koffer, ne? Wie viele Zahlen können wir hier? Ja, das sind auch wieder vier wahrscheinlich. Auch wieder vier, okay. Ja, kann ja sein, hallo. Ja, ja. Also ich denke, dass wir diese Landkarte jetzt nicht mehr brauchen, oder? Also ich meine, wir haben jetzt keinen Einhandelspunkt, wofür die Landkarte jetzt irgendwie... Ach ja, stimmt ja, da war ja noch was. Im Koffer ist bestimmt der USB-Stick. Okay, warte mal. Ähm, was kann... Also was kann... Was können diese... Wir müssen auf jeden Fall zwei Zahlen rausfinden. Oh, warte mal. Ist das nicht irgendwas, was wir mal alle in Mathe hatten? Das... Das erinnert mich an irgendwas. Warte mal. Der Satz des Pythagos, oder? Ne. Aber irgendwas... Ich kenn das, glaub ich. Ich war nicht in der Schule, ich hab keine Ahnung. Ist lange her. Ich dachte grad, dass wir die drei Zahlen irgendwie zusammenziehen, aber das passt ja gar nicht. Also auf jeden Fall, in der Mitte ist ein Strich. Das heißt links wahrscheinlich eine eigene Formel und rechts eine eigene Formel, oder? Ja, das kann sein. Aber wir müssen irgendwie... Also wie sind die denn zum Beispiel in dem linken Dreieck von 3, 3, 2 und dann auf die 3? Was heißt das? Ja, genau. Das... Also irgendwas muss man... Irgendwie muss man die drei Zahlen rechnen. Das sind 3 rauskommt. In derselben Formel kriegt man rechts die 28 raus, glaub ich. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft hier. 5 mal... 5 mal 6... sind 30... Minus 3 sind 28. Echt? Ja, 3 mal 2 sind 6, minus 3 sind 3. Das ist die Formel, glaub ich. 8 mal 4... Ja, ich hab das hier grade... Fläche ist das dann, ne? Die Fläche. Soll ich die... Nein, nein, nein. Das ist einfach so ne... Das ist ne andere... Ganz kurz. Ist immer gut im Kopf rechnen. 8 mal 4, minus 9. Boah, 8 mal... 8 mal 4 sind 32. Minus 9. 23, ja. 23, okay. Dann 7 mal 3. 21. Das müsste 19 sein. Ah, okay. 19. Dann hab ich jetzt gesagt. Okay, 19. Das sind ja vier Ziffern, wenn wir das rauskriegen. Ist das hier auch dasselbe? 4 mal... Ne, hier ist das was anderes, glaub ich, ne? Oder... Warte mal... 4 mal 6? Ne, das passt auch nicht. 4 mal 3 wären 12, das geht natürlich nicht. Ähm... Vielleicht haben... Müssen wir hier das anders machen. Irgendwie, ähm... Jaja, hier ist auf jeden Fall ne andere Formel. Erst Strich vor Punkt oder so. Keine Ahnung. Also erstmal irgendwie addieren oder so. Strich vor Punkt. Ja, ist doch so. Wir haben ja jetzt gerade Punkt vor Strich gehabt. Jaja, scheiße. Ey, Pan, dach mir nicht auf, sonst hör ich auf als Detektiv. Hast du Mathe? Ähm... 9 minus 6... 9 minus... Äh, 9 minus 3 sind 6, mal 4 sind 24, durch 2 sind 12. Aber ob das so hinkommt, weiß ich nicht. Ach du heilige Scheiße. Warte mal... 8 minus 4 sind 4... Mal 7... 4 mal 7 sind 28? Ja. Durch 2 sind 14. Da hab ich ne Formel. Okay. Okay, jetzt hab ich's wieder vergessen. Äh, warte, warte. 8 mal 4... Okay. Ähm... 8 mal 2 sind 16... 8 mal 2 sind 16... Minus 9 sind 7, wenn ich das richtig sehe, ne? Aber das kann ja gar nicht sein. Dann haben wir nur 3 Zahlen. Warte, warte. 8 mal 4 sind 32. Warte mal... Warte mal, ihr macht grad die rechte Seite, ne? Ja. Ja. Linke Seite haben wir ja schon, die 2 Zahlen. 1, 9, 7. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ne, wir brauchen... Ja, oder? Was war das? Ne, wir brauchen 4 Ziffern. Da muss ein zweistelliger rauskommen. Aber das kam noch hin. Warte mal. 9 mal 3... sind 27. Ja. Ne. Doch. Aber du hast 9 mal 4, glaub ich. Ne, oder was hast du gesagt? Hatte ich gesagt 9 mal... Ich bin mir nicht sicherer, ich weiß es nicht. Fuck, ey. Kann uns vielleicht das am Fenster weiterhelfen? Das was? Das am Fenster? Das kann uns das... Das hab ich schon durchgerechnet, das stimmt so nicht. Okay. Warte, 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 warte. 2 mal 4 sind... 3 mal 4 sind... Ja. Minus 7. Hatte ich das so gerechnet? Minus 7? Und dann durch 2? Ja, aber das passt auch nicht. Oder? Ich kam aber... Ich kam aber... Du hast... mit diesen einen Code da. Genau, die Uhren haben wir schon. Das hab ich kaum noch mal gekriegt. Okay. Das kann ja auch nicht sein. Guck mal, wie... Wie sind die unten denn auf die 24 gekommen? Also ich hatte vielleicht gedacht... Ja, ja, da bin ich grad die ganze Zeit auch. Ich denke, hat 2 mal... vielleicht irgendwie 2 mal... Alles nimm 2 mal 6, 2 mal 4 und das dann malen, aber... Das hätte nicht klappen können. Okay. Hä? 4 mal 6 sind doch 24, ne? Warte, ich überlege. Ja, 4 mal 6 sind 24, aber was macht die 1? Mal 1? Ja, ich hab... Oder durch 1. Oder durch 1. Oder durch 1. Kannst das mal oben mit der... Warte mal, mit der 14... 7 mal 8... 9 mal 4... 9 mal 4 sind... 36, oder? 9 mal 4? Ja, ja, ist 36, ey. 36 durch 3 sind... 12? Ja. Okay. Ja, das passt. Das kann sein. Okay, 8 mal 7 sind... Ich hab... Ich mach auch nen Taschen. 8 mal 7... Oh, das war doch irgendwie... Oh, das war so ganz scheiße... Ich weiß nicht mehr... 7 mal 7 sind 49, das mach ich immer. 56. 56 durch 4. Ja, das sind dann 2... Äh... Äh... 14... Warte mal, das kommt ja gar nicht hin. 6... Ja, doch. Warte... Ja, und... Doch, 14. 14 könnte sein. Was ist die erste Zahl? Äh... Von links? Wie... Die erste Zahl von links? Ja, von der linken Hälfte. 8 mal 7 durch 4 war das gerade. 8 mal 7 durch 4. Und jetzt... 8 mal 8... Ich meine... Wir hatten ja grad... Also das war ja jetzt 14 hast du grad... Haben wir doch grad... Genau, genau, genau. Und oben links war... 9 mal 4 durch 3, das waren 12. Das haben wir auch. Das heißt, das wären jetzt... 8 mal 9 durch 2. 8 mal 9 sind 72. Ja. Dann wären das 36, oder? Ja. Okay, und was war die andere? Äh... 19, 36. Geh mal beim Koffer ein. Ja! Ja, Alter! Geil! Schön! Nice! Okay, jetzt passt das auch. Man muss dazu sagen, bei uns allen ist Kopfrechnung und so weit entfernt. Wir sind natürlich auch halbwegs... Ja, guck mal, wir haben... Wir haben die ganze Scheibe vollgemacht. Cool. Wie bitte was? Jetzt können wir die drehen. Geil! Okay, das... Das machen wir gleich. Warte mal, ich hab noch einen USB-Stick im Koffer gefunden. Den würd ich gerne ganz kurz in den Laptop... Oh, da sind bestimmt Prons drauf. Oh, jetzt kommen Pornos! Hä? 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 Das Passwort... Ähm... Schwengel95. Richtig. Der Kuh wird jetzt schon raus. Alles klar. Aber sowas kann ich nicht aus. Ich bin Hacker. Warte mal. Sechs... Wir machen die Sechs... Ähm... Okay, ach, die Scheiben kann man ja noch drehen, ne? Ja, warte mal. Mit der kriegen wir bestimmt das Passwort. Ja, ja, hier. Guck mal, macht das solche. Wir haben ja diesen Zettel, genau. Ja, ja, wir brauchen die Schiffrierung dafür. Wir wissen nicht genau, wie wir die Scheiben drehen müssen, oder? Doch! Ja, wir haben hier... Ja, woher denn? Guck mal hier. Guck mal hier. Siehst du die Sechs? Siehst du die Sechs? Das ist eine Sechs. Das ist eine Sechs. Ja, ja, das ist eine Sechs. Aber wir wissen natürlich noch nicht genau, wie wir die Scheiben hier drehen müssen, alle. Verstehst du? Ja, warte mal. Mach mal die Sechs. Da fehlt noch... Wir können das noch nicht lösen. Da fehlt, glaube ich, noch eine innen drin. Nein, warte mal. Mach mal die Sechs. Ja, hab ich gemacht. Das passt ja auch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch eine. Das ist nicht der Code für... Aber guck mal, das... Doch, wir haben alle Zeichen. Und das sagt ja nichts aus, weil wir wissen nicht, wie wir die Räder drehen müssen. Das wissen wir noch gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Weil hier... Weil hier viel Zeichen drauf sind, denke ich mir, hier fehlt in der Mitte noch irgendwas Festes. Weil... Nein, 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 nein. Da fehlt nicht mehr. Die Zeichen ist ein Vierer-Code. Die Zeichen ist ein Vierer-Code. Aber wir müssen wissen, wie wir die Scheiben ausrichten. Das müsste... Also dieses... Dieses Schwarze da in der Mitte, da kommt nichts mehr drauf. Also die Scheibe ist komplett... Die ist komplett... Wahrscheinlich könnten wir die... Warte mal. Oh, warte mal. Vielleicht hab ich... Vielleicht hab ich den Code. Warte, 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 warte. Oh, lol. Geht ja noch ein Zeichen. 1K und Pfeil. Warte mal. 1... Ich mach die 1 mal. 1.000. Okay. Warte, warte. 1... Ich mach mal die 0 hier hin. K... Äh... Und dann diesen... Diesen Pfeil hier. So. Das könnte eventuell... Das könnte eventuell die... Codierung sein. Wenn wir jetzt die 6 nehmen... Ja. Pass auf. Sag mir mal ganz kurz, die... Die 6 haben wir. N. N. Genau. Was kommt dann? Ähm... Warte, dann haben wir einen... Einen... So... So'n... So'n Wasser... Das ist O. O. Ja. Und dann haben wir eine 0. Oder was weiß ich. Genau. Warte, das ist H. H. Ja. Und diese... So'n... Hier kannst du es sehen. T. Das Ding... Ist das ein Tee? Ist ein Tee. Not. Not like this. Und das soll das Passwort sein? Äh... Vielleicht hier. Warte. Wir probieren es mal aus. Was? Nooo... Das würde Sinn machen, natürlich. Hä? Hä? Nein, nein. Wir sind einfach voll die Hacker. Und wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ach ja, stimmt ja. Ach ja, stimmt. Ist ja wirklich so. Aber wir haben noch was. Wir haben noch was. Ja, aber wir haben noch was. Oh, Morsicoat. Das ist mal die Chance. Oh, fuck. Morsicoat. Ihr müsst ruhig sein. Einen Moment, ein Moment. Machen wir das jetzt oder in der nächsten Folge? Ja, ihr müsst ruhig sein. Aber der Hä? Ist doch jetzt eh... Achso. Wir haben jetzt eh das alles geguckt. Ja, komm. Ja, stimmt. Ich glaub, dass dieser Raum schon fertig ist. Komm, das können wir eigentlich jetzt machen. Okay. Ich muss doch... Ruhig. Okay, ich hab vergessen, dass ich schlecht in sowas bin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kurz. 1, 2, 3, 4 kurz. 1, 2, 3, 4 kurz war das. Warte, hier. Hier, nimm mal hier. Warte, nimm mal hier. Es war doch 1, 2, 3. Ja, halt doch einfach den Zettel. Achso. Warte mal, warte mal. Das ist dumm. Warte mal, warte mal. Wir warten auf die Pause. Warte mal. Warte? Warte mal. Ich probier mal. Das zweite ist eine 8. 1, 3, 5. Ne, das zweite ist eine 3 gewesen. Das war dreimal kurz, zweimal lang. Ne, dreimal lang, zweimal kurz. Warte mal. Ja, das ist eine 8. Das ist eine 5. Ah, stimmt. Stimmt. Okay, war das erste? Das erste ist die 1, ne? Warte. Ja. Ja. 8. ... 0 1, 8, 5, 0 1, 8, 5, 0 1, 8, 5, 0 1, 8, 5, 0, müsse es sein. Die Sache ist, ich weiß immer,wiesoes im Spiel дело funktioniert. Ich fühl so schlecht, dass das auch... oramos Das ist Geschwindigkeit! Geil! War striegal zwei. Ja neils. Hammer! Ich fühle mich richtig gut, ich habe richtig viel geschafft, dieser folge ich habe genauso wie ich habe doch gesagt wie es läuft der erik macht es einfach das ist voll geil wir sind voll geil bei mir dauert das immer ein bisschen ach du scheiße jetzt direkt hier kommt ob ich auf dem stuhl